Willkommen Leute zu einem weiteren Video und ich muss sagen, mein letztes Super Mario Video ist wirklich Jahre her. Ich war damals noch Let's Player und bin dann quasi so ein bisschen geswitcht zu halt anderen Themen, beispielsweise halt zu Yu-Gi-Oh! Videos auf meinem Hop-Kanal, aber auch zu Pokémon-Videos auf diesem Gaming-Kanal hier. Und ich habe das generelle Let's Playen und so und andere Spiele vollkommen vernachlässigt auf YouTube und ich muss sagen, ich bereue das, ich vermisse das sogar sehr und ich will das irgendwie zurückbringen. Und ja, in den letzten Monaten habe ich wirklich ständig und ich meine wirklich fast täglich Challenge-Videos geschaut von anderen YouTubern und ich muss sagen, ich finde diese Idee einfach großartig, ne? Alte und nostalgische Spiele zu spielen oder auch teilweise recht neue Spiele und sich ein paar Challenges aufzuerlegen, um das Ganze zu einer ganz neuen Erfahrung zu machen. Und heute starten wir mit einem Klassiker und zwar Super Mario Bros. 1 ohne Münzen. Und das ist eine Challenge, die sich erstmal ziemlich simpel anhört, weil das erste Mario Bros. gar nicht so viele Münzen in sich hat, die man halt versehentlich aufsammeln könnte. Aber es gibt dann doch einige Stellen, die wirklich sehr frustrierend werden können. Und es kann schnell mal passieren, dass man eine Passage locker 100 Mal spielen muss, um irgendwie dran vorbeizukommen. Und man muss ein bisschen auf das Sobox denken. Also ich muss sagen, es hat sehr viel Spaß gemacht, so ein bisschen diesen Runner auszuprobieren. Und wie das Ganze funktioniert hat und ob diese Challenge überhaupt so richtig möglich ist, das werde ich gleich alles erzählen. Aber vorher kommen wir zu den Regeln. Ihr wisst Bescheid, ich darf keine einzige Münze einsammeln. Denn im gesamten Spiel, sobald ich versehentlich quasi eine Münze einsammeln sollte, muss ich sofort den letzten Speicherstand laden. Das ist ganz wichtig. Und es ist mir vollkommen egal, wie ich die Münze eingesammelt habe. Zudem ist es mir verboten, sämtliche Warp Zones zu benutzen. Also ich darf nicht einfach so irgendwelche Welten überspringen. Und das alte Mario Bros. 1 hatte, naja, 8 Welten, mit hier 4 Leveln. Und das 4. Level war jeweils immer ein Castle Level mit Bowser. Und ich muss alle 32 Level schaffen, ohne Münzen, um die Challenge zu gewinnen. Und was ich auch nicht einsetzen darf, sind Power-Ups. Ich dachte mir, wenn ich groß bin, in dem alten Super Mario Bros. 1, ist es doch eher hinderlich, ne, wenn ich keine Münzen einsammeln möchte. Und deswegen dachte ich mir, streiche ich es einfach komplett. Ich meine, ich werde es ein paar Mal vermissen auf jeden Fall. Gerade in den hinteren Welten, wenn ganz viele Gegner kommen, Montamer-Brüder und so. Aber ich denke, das macht die ganze Challenge nochmal schwieriger und auf jeden Fall nochmal interessanter. Doch damit die Challenge logischerweise auch schaffbar ist, darf ich immer nach jedem Level einen Speicherpunkt setzen. Und das ist ganz wichtig, weil man im ersten Mario Bros. einfach fast gar keine Leben dazu bekommt. Zumal wir keine Münzen einsammeln dürfen. Und deswegen würden wir locker nach 3 Toten Game Over gehen und hätten einfach gelitten. Und da wir hier teilweise Sprünge machen müssen, die 100 Versuche brauchen, wäre das Spiel so kaum schaffbar. Deswegen darf ich quasi zwischen den Leveln speichern. Doch warum die Challenge trotzdem auf jeden Fall nicht so einfach ist, das werdet ihr gleich sehen bei den kniffligen Leveln. Und ich würde sagen, wie das geklappt hat, das werden wir jetzt rausfinden. Und wir starten mit dem ersten Level. Und ich muss sagen, der Anfang, der war noch vollkommen okay, ne. Ich meine, es gibt im ersten Level quasi gar keine Münzen, die irgendwie in der Luft schweben, in deinem Weg und denen du fast nicht ausweichen kannst. Das ist vollkommen okay. Du kannst da mehr oder weniger durchlaufen. Das Einzige, was erstmal etwas komisch ist, ist letztlich, naja, auf die ganzen Fragezeichenblöcke zu verzichten. Aber wenn du das in deinem Kopf drin hast, hast du eigentlich dort keine Schwierigkeiten. Level 2 allerdings ist ein Höhenlevel. Und das war schon ein bisschen schwieriger. Und zwar gab es zu Beginn des Levels einen Abschnitt mit ganz vielen Gegnern am Boden. Und oben drüber waren Münzen auf Blöcken. Und da durfte ich logischerweise nicht drankommen. Deswegen muss ich da ein bisschen aufpassen. Aber wenn man da langsam durchgeht, ist es eigentlich kein Problem. Und die zweite Hälfte des Levels ist wirklich leicht. Und den Anfang kann man sich auch leichter machen über einen Kuba-Panzer. Doch von der ersten Welt, Leute, ist das dritte auf jeden Fall das Schwierigste. Weil das ist halt das erste Luftlevel, ne. Und dort sind ständig Münzen genau in deinem Weg. Und du kannst gefühlt nichts dagegen tun. Du musst halt ausweichen. Und am Anfang geht es auch ganz gut. Ja, es kann mal schief gehen. Aber es klappt noch halbwegs. Aber später kommt ein Einsprung, der ziemlich gemein ist. Und zwar hängen Münzen dort über einem ganz kleinen Abgrund. Und man muss halt rüberspringen. Aber kommt ständig mit dem Kopf einfach an die Münzen dran. Und die Frage ist jetzt, wie zur Hölle soll man an denen vorbeikommen? Wenn man nicht dran vorbeispringen kann. Aber ich muss sagen, es geht schon. Man muss sehr stark aufpassen und ein bisschen Anlauf nehmen. Aber man kann darüber springen. Mit ein bisschen Glück. Aber man muss wirklich genau springen. Ich habe aber später nochmal getestet, ob es quasi auch geht, darunter zu springen. Also darunter vorbeizukommen. Und auch das ist möglich. Aber das ist wirklich eine schwierige Sache. Und die werden wir auf jeden Fall heute auch noch einige Male sehen. Es ist möglich, einen Short Hop durchzuführen. Wenn man nur ganz, ganz minimal den Sprungknopf drückt. Aber das geht ständig schief. Also man muss wirklich sehr stark aufpassen. Und wenn ein paar solcher Sprünge quasi nacheinander kommen, kann das echt frustrierend werden. Deswegen gesagt, ich freue mich, was noch so kommen wird. In hinteren Devils wird das auf jeden Fall asozial. Tatsächlich war das erste Castle allerdings unfassbar einfach. Mega kurz und es hatte nicht mal eine Münze in sich. Aber Bowser ohne Power-Up zu besiegen. Mit auf jeden Fall einem späteren Castle ist eine kleine Herausforderung. Aber dazu später mehr. Level 2.1 allerdings war ein bisschen fieser. Und zwar ist das einfach nur ein ganz normales Platforming-Level. Mit halt ganz vielen Gegnern, ein paar Blöcken. Alles kein Problem. Aber ganz zum Ende kommt eine Sprungfeder. Und was ist direkt vor der Sprungfeder? Ein Invisible Coin Block. Nice. Ich muss sagen, die werden auf jeden Fall noch sehr nervig werden in späteren Challenges zu anderen Mario-Spielen. Aber Mario Bros. 1 ging es noch. Da kommt nicht so viel davon vor. Aber ich glaube, die werden auf jeden Fall in den kommenden Monaten noch meine besten Freunde. Doch Level 2.2 ist das erste Wasser-Level. Und ich muss sagen, ich hasse Wasser-Level. Aber im ersten Mario Bros. waren sie noch ziemlich simpel und sehr kurz. Deswegen ist es da noch vollkommen in Ordnung. Und der große Vorteil ist ja einfach, dass man sich im Wasser, so wie man möchte, nach oben und unten bewegen kann. Immer wenn man will. Man muss dafür nicht springen oder so. Und deswegen ist das Ausreichen von Münzen gar nicht mal so schwierig. Es gibt ein paar Stellen im Wasser, wo man nach unten gezogen wird. Aber wenn man schnell genug ist, ist es eigentlich auch kein Problem. Doch das mit Abstand, schwierigste Level bisher, ist auf jeden Fall 2-3. Und das ist eine Cheap-Cheap-Brücke mit einem kleinen Problem. Es sind überall Münzen. Und das Schlimme ist halt, es ist alles möglich, ne? Kein großes Problem. Aber du musst ständig Short-Tops machen. Im gesamten Level gibt es insgesamt vier Short-Tops. Und als ich zunächst mal auf die erste Stelle getroffen bin, dachte ich mir, okay, ich kann vielleicht, naja, nach dem ersten Short-Top, kann ein zweites Mal drüber springen, das irgendwie cheesen, aber, ja, das geht nicht so wirklich. Deswegen, man muss auf jeden Fall drunter durch. Und wenn dann später im Level nochmal zwei Short-Tops kommen nacheinander, nachdem man schon die ersten beiden gemeistert haben muss, ist das sehr, sehr bitter, weil man da gerne mal noch failt und sich dann sehr aufregt. Also ich muss sagen, 2-3 habe ich ein bisschen aufgehalten, aber ich habe gar nicht so lange gehangen. Ich würde sagen, ich bin ein paar Mal gestorben, aber es hat sich noch im Rahmen gehalten. Da waren spätere Level auf jeden Fall deutlich frustrierender. Das zweite Schloss allerdings war wieder deutlich einfacher und da gab es eigentlich gar kein großes Problem. Es gab jetzt nicht großartig viele Münzen oder so. Es gibt nur eine Stelle mit sechs Münzen, über die kann man drüber springen und am Ende Bowser, naja, ist ein bisschen schwieriger als in der ersten Welt, aber immer noch eigentlich kein großes Problem. Als nächstes kommt jetzt das erste Nachtlevel und ich muss sagen, das ist optisch auf jeden Fall eine schöne Abwechslung und vom Gameplay her ist es einfach ein ganz normales Platforming Level ohne großartige Münzen oder so. Ich muss aber sagen, dass hier zum ersten Mal quasi das ganz normale Platforming etwas anspruchsvoller wurde, weil ich kein Power-Up hatte, weil in diesem Level hier kommen die ersten Hammer-Brüder vor, die auf jeden Fall immer im ersten Mario Bros. eine Herausforderung sein können und vor allem halt generell sehr viele Gegner. Ich meine, es gibt unter anderem sehr viele springende Kubas und so und da muss man halt aufpassen, nicht direkt zu sterben, aber wie gesagt, Münzen gibt es hier eigentlich keine, die großartig im Weg sind. Welt 3.2 allerdings ist wohl das langweiligste Mario-Level, was ich jemals gesehen habe bei einem offiziellen Nintendo-Spiel. Was zur Hölle? Einfach nur gespammte Gegner, die am Boden rumlaufen, ein paar Münzen, die mich nur gejuckt haben, weil die kaum im Weg sind und ein paar minimale Hindernisse. Ich meine, WTF? Warum ist das überhaupt ein offizielles Mario-Level? Versteht keiner, aber okay, damals war sowas scheinbar noch in Ordnung. Aber zum Glück sind die meisten anderen Level deutlich, deutlich interessanter. Doch das nächste Level ist 3.3 und das war mal wieder ein Luftlevel und ich muss sagen, da habe ich mich ein bisschen blöd angestellt. Ich meine, es gibt hier wirklich viele Münzen, aber ich hätte nicht ganz so oft fällen müssen, wie ich gefällt habe. Am Anfang kommt eine recht schwierige Stelle mit ein paar Münzen, die ganz hoch gelegen sind und die sind einfach so auf der kleinen Plattform und man muss sich ganz links hinstellen und mit ein bisschen Anlauf über die nach rechts drüber springen. Es ist ein bisschen tricky, keine Frage, aber ich denke mal, da hätte ich nicht so oft fehlen müssen. Und hinten kommt dann noch eine Stelle mit so ein paar Münzen, die auf einem kleinen Plattformgebilde sind. Und wenn man da ganz vorsichtig springt, ist es eigentlich kein Thema, aber ich war da ein bisschen übereifrig irgendwie. Aber gut, ansonsten würde ich sagen, ist 3.3 relativ gut machbar, wenn man sehr doll aufpasst. Aber es gibt hier schon recht viele Münzen. Aber die Bowser-Castles, die wurden jetzt auch schwieriger. Ich muss aber sagen, von den Münzen her bleiben sie recht einfach, weil es gibt da einfach nicht so viele Münzen zu holen. Es gibt in Bowser-Castle 3 eine Stelle mit Münzen, aber die ist nicht wirklich gefährlich. Da muss man sich fast schon anstrengen, um an die dran zu kommen. Aber ich muss sagen, von den Hindernissen her gibt es da sehr, sehr viel. Eine ganze Menge Feuerschranken, ein paar Feuerbälle und natürlich die ganze Zeit die Bowser-Flammen. Und der Bowser-Fight war dieses Mal etwas länger als sonst, also da wäre ich fast auch mal gestorben. Durch Level 4.1 allerdings kann man größtenteils durchrennen. Das ist das erste Lakitu-Level und es gibt kaum Hindernisse, außer Lakitu selbst und deswegen ist es eigentlich kein großes Problem. Und die Münzen, die irgendwo in der Luft schweben, kann man einfach ignorieren. Und dann ist das Level hier eigentlich sehr schnell geschafft. Das Level 4.2 allerdings ist mal wieder ein Höhenlevel. Und ich muss sagen, das Level hier ist vom Platforming her sogar gar nicht mal so einfach, aber die Münzen sind hier mal wieder überhaupt gar kein Problem. Es gibt nur eine ganz kleine Stelle mit ein paar Koopas, die direkt unter Münzen her laufen und da muss man ein wenig aufpassen und vielleicht ein bisschen abwarten. Aber ansonsten ist das Level eigentlich für die Challenge hier recht uninteressant. Level 4.3 allerdings ist genau das Gegenteil. Und als ich dieses Level betreten habe, dachte ich mir, okay, die Challenge ist sofort vorbei. Weil du stehst quasi sofort vor Münzen und weißt gar nicht, wie man denen ausweichen soll. Es sieht erstmal wirklich unmöglich aus, aber es geht schon. Es ist nur wirklich unfassbar schwierig. Das Problem ist leider, wir haben hier Münzen, die so gepackt sind, dass sie gefühlt alle Plattformen ausfüllen, die vor einem liegen. Und es ist halt ein Luftlevel mit Pilzen. Es ist aber möglich, ganz, ganz schnell durchzurennen und drei perfekte Sprünge zwischen den Münzen durchzuführen, um da irgendwie durchzukommen. Das gemeine ist allerdings, es gibt quasi einen hochgelegenen Pilz, mit dem man theoretisch den dritten Sprung sich sparen könnte und den kann man nicht erreichen, ohne Münzen einzusammeln. Zumindest habe ich persönlich das nicht ein einziges Mal hinbekommen. Und ja, ich habe hier wirklich diverse Leben gelassen. Ich bin hier sehr oft gestorben, aber irgendwann habe ich es dann mal geschafft und was passiert? Naja, das Level ist noch nicht zu Ende. Danach kommen noch einige fiese Stellen, wo man gerne mal nochmal Münzen berühren könnte. Und ich musste diese Stelle am Anfang quasi insgesamt dreimal schaffen, um letztendlich wirklich einmal das Ziel zu erreichen, ohne nur Münze einzusammeln. Und obwohl dieses Level hier wirklich unfassbar gemein war, muss ich leider sagen, es ist nicht das Schwierigste dieser Challenge, es ist so das Zweitschwierigste. Aber was das Schlimmste ist, das werdet ihr später sehen. Ich denke aber, gerade solche Level hier können so eine Challenge hier sehr interessant machen. Also ich hoffe mal, dass wir in kommenden Challenges noch viele solche Sprünge erleben werden, weil ich es immer wieder sehr cool finde, hier quasi Lösungen für zu finden für diese Probleme und ich glaube, darauf kommt es auch bei diesem Format hier so ein bisschen an. Im Vergleich zu 4-3 war allerdings das vierte Castle auf jeden Fall ein reiner Spaziergang und es gab da auch keine großartigen Münzen, die im Weg waren oder so. Es ist aber ein Rätsel-Castle, also man muss immer den richtigen Weg wählen, sonst geht es nicht weiter, aber wenn man den auswendig kennt, ist das Castle logischerweise geschenkt und auch Bowser war mal wieder kein wirklich großes Problem. Doch jetzt, meine Freunde, kommen wir auch schon zu der zweiten Hälfte des Spiels und ich muss sagen, die fängt sehr simpel an, denn 5-1 ist mal wieder ein ganz normales Platforming-Level, ohne besondere große Herausforderungen. Es gibt ein paar Kugel-Willis, keine Frage, aber denen kann man ausweichen und Münzen kommen eigentlich gar nicht vor. Da war 5-2 auf jeden Fall, zehnmal schwieriger, weil da kommt zum ersten Mal ein Hammer-Bruder vor, der am Boden steht, beziehungsweise sogar auf einer Treppe und die können wirklich nerven. Ich würde sagen, die sind die schlimmsten Gegner aus dem gesamten Spiel, wenn man ein ganz normales Playthrough macht und da ich hier keine Power-Ups benutzen kann, können die noch sehr ärgerlich werden in den hinteren Welten, weil wenn Hammer-Brüder irgendwie auf Plattformen stehen, ist es ja ganz okay, aber wenn die einfach nur auf dem Boden rumgammeln, ist es schwierig, die auszutricksen, aber mit einem kleinen Kugel-Willi-Trick konnte ich den besiegen und der Rest des Levels ist eigentlich ziemlich machbar. Ziemlich dreist finde ich allerdings 5-3, weil das Level ist einfach nur 1-3 redesigned mit minimalen Änderungen und random generierten Kugel-Willis und das war's. Das heißt, am Ende haben wir wieder einen kleinen Short-Top, der aber dieses Mal nicht so schwierig ist, weil ganz ehrlich, ich hab schon mal 4 Stück hintereinander geschafft, das schaffe ich jetzt in einzelnen auf jeden Fall halbwegs konstant mittlerweile und der Rest des Levels ist einfach genau dasselbe wie vorher, nur mit halt wie gesagt Kugel-Willis, die kaum einen Unterschied machen. Ich muss aber sagen, dass beim ersten Mario Bros. sich sehr häufig die Level so ein bisschen wiederholen, beziehungsweise nur minimal verändert werden und das war echt ein bisschen faul vor Nintendo. Aber auch wenn das fünfte Castle mal wieder aus recycelten Passagen besteht, hat es natürlich trotzdem Spaß gemacht und es war auf jeden Fall mal wieder eine nette kleine Challenge und Bowser hat mich dieses Mal sogar einmal besiegen können. Applaus dafür, damit steht es quasi 5-1, aber was soll's, im zweiten Versuch habe ich es dann auch geschafft und ich muss sagen, Münzen gibt es hier mal wieder fast gar keine. Doch in 6-1 gab es sie schon, ich muss aber sagen, dass die Münzen dort eigentlich nicht so schlimm waren. Das größere Problem war auf jeden Fall Akitu, der die ganze Zeit Stachis wirft, aber wenn man sich ein bisschen auf den konzentrieren kann, ist das ganze restliche Level eigentlich gut machbar und wie gesagt, in Münzen kann man recht solide ausweichen, ohne viel aufpassen zu müssen, deswegen würde ich sagen, ist auch das ein recht machbares Level. Das nächste Level allerdings hat mich sehr überrascht, muss ich sagen, und zwar ist das quasi einfach ein Röhrenlevel und ich hätte nicht erwartet, dass das erste Mario Bros. bereits ein Röhrenlevel hatte, das habe ich voll vergessen. Finde ich irgendwie ganz cool letztlich, dass es diese Levelart schon damals gab, beziehungsweise die Idee dafür. Ich meine, hier war es natürlich simpler als in heutigen Mario-Spielen, aber mittlerweile ist es ja so ein bisschen ein Mario-Staple, dass man auch mal so ein paar Röhrenlevel hat und dass es hier schon eingeführt wurde, in dem ersten Spiel des Franchises, finde ich irgendwie eine schöne Sache. Aber Münzen gibt es ja eigentlich gar keine und schwer ist es eigentlich auch nicht. Deutlich härter ist allerdings das graue 6.3 und ich muss sagen, dieses Level hier habe ich sehr gut hinbekommen irgendwie. Also irgendwie dachte ich mir, okay, als es angefangen hat, das wird richtig grausam, weil überall Münzen sind und es ist ein Fluglevel mit auch noch ganz vielen Trampolinen und so, die in Mario Bros. 1 sowieso der Horror sind. Aber irgendwie lief es ganz okay. Es gibt ein paar Stellen, wo man wirklich extrem aufpassen muss, gerade halt bei diesen Wagen in der Luft, dass man halt da nicht an Münzen rankommt, aber wenn man da aufpasst, ist es eigentlich schon machbar. Und hinten trifft man dann am Ende auf runterfallende Plattformen und dann sind ganz am Ende noch zwei Münzen, die den Zugang blockieren zu der finalen Plattform, die zum Ziel führt, aber man kann einfach so unter der durchspringen. Hätte ich das nicht bemerkt, dass man drunter durchspringen kann, wäre ich wahrscheinlich hier verzweifelt, weil ich irgendwie versucht hätte, als kleiner Mario logischerweise der ich ja sein muss, durch diese kleine Lücke zu kommen von den Münzen, aber da ich sofort gesehen habe, war es eigentlich okay und ich bin sehr gut durchgekommen. Ich bin in 6-3 erstaunlicherweise so gut wie gar nicht gestorben. Und was soll ich sagen, 6-4 war halt mal wieder geschenkt, es ist mal wieder ein ganz normales Bowser-Level, was komplett recycelt ist, mit halt ein paar mehr Hindernissen, so ein paar mehr Feuerschranken und so, aber es gibt hier einfach nicht eine Münze und Bowser an sich wurde halt minimal schwerer, indem man ihm die Hämmer gegeben hat, die immer so ein kleiner Random-Faktor sind und ja, er konnte mich einmal damit killen, aber beim zweiten Versuch war er dann kein Problem mehr. Und ich muss sagen, die Schlosslevel generell haben mich sehr enttäuscht. Aber jetzt kommen wir zu den letzten beiden Welten und ich muss sagen, das normale Gameplay wird jetzt auf jeden Fall nochmal deutlich, deutlich schwieriger und die Hälfte der Level besteht jetzt nur noch quasi aus Kugelwillis, Hammerbrüdern und 1000 Gegnern. Die Münzen sind hier aber mal wieder überhaupt gar kein Problem, aber da ich keine Power-Ups haben kann, muss ich hier sehr stark aufpassen, nicht zu sterben. Ich habe es aber tatsächlich komplett ohne Tod geschafft, weil ich halt das Ganze etwas langsamer angegangen bin und ich muss sagen, es lief ganz gut, also wenn man sich da ein bisschen konzentriert, muss man hier nicht sterben, auch wenn man keine Power-Ups hat. Und tatsächlich haben wir jetzt auch noch ein weiteres Wasser-Level und ich muss sagen, das war mal wieder sehr, sehr einfach, weil man logischerweise den Münzen sehr leicht ausweichen kann. Ich muss aber sagen, es gab eine etwas kniffligere Stelle, wo ganz viele Gegner letztlich aufeinandertreffen und da bin ich einmal gestorben, aber ansonsten bin ich da sehr gut durchgekommen und Münzen stellen da eigentlich keine große Herausforderung dar, weil man denen sehr leicht ausweichen kann, wie gesagt. 7-3 allerdings hat mich wirklich sauer gemacht, weil das ist einfach nur ein Abklatsch von 2-3, also genau dieselbe Cheap-Cheap-Brücke mit genau denselben 4 Short-Jumps und es gibt gefühlt gar keine Veränderung. Kommen etwas mehr Cheap-Cheaps? Es kann sein, aber man fühlt da wirklich keinen Unterschied. Man muss einfach nur dieselben 4 Short-Jumps wieder nochmal machen, die man schon mal hinter sich gebracht hat und das wäre echt ätzend, aber okay, ich habe es dieses Mal aber schneller hinbekommen als beim ersten Mal in Welt 2-3, aber nervig war es trotzdem, ich meine, was zur Hölle, ne? Warum kommt hier dasselbe Level gefühlt einfach nochmal mit genau derselben Challenge? Das war schon sehr frustrierend, muss ich sagen. In Level 7-4 konnte ich mich allerdings wieder erholen, weil das war logischerweise wieder ein Bowser-Level und das ist halt ein Rätsel-Castle. Wenn man den Weg kennt, ist es easy. Ich habe ihn nicht gekannt, ich musste also ein bisschen raten, aber dadurch, dass man logischerweise ganz viel Zeit hat auf dem Taiver, ist es eigentlich kein Problem. Teste ein bisschen rum und du bist durch und Münzen gibt es ja auch keine. Aber vergesst alles, was bisher kam, Leute, denn 8-1 ist wirklich mit Abstand das schwierigste Level des gesamten Runs. Es gibt da wirklich keinen Vergleich zu anderen Levels, das ist unfassbar. Wir haben zunächst mal einen ganz normalen Platforming-Abschnitt, der auch für gewöhnlich gar nicht schlimm ist, ne? Kein Problem, aber er ist verdammt lang. Du musst ihn jedes Mal neu spielen, wenn du verkackst, ne? Nicht vergessen. Dann kommt erstmal, naja, Invisible Coin in dein Gesicht, alles klar, das war schon mal sehr bitter, aber dann kommen wir zu einer Schlucht, die wirklich einfach nur gemein ist. Wir haben eine riesige Schlucht vor uns mit zwei Münzen oben drüber und wir kommen nicht drüber. Es ist unmöglich. Wir können nicht drüber springen, das ist sowieso nicht denkbar und unten drunter durch. Selbst mit einem Short-Jump und wirklich einer maximalen Distanz und Anlauf und so geht's nicht. Es reicht nicht. Es fehlen ein paar Pixel, dann wäre es vielleicht denkbar, aber es ist leider wirklich unmöglich. Man kann über diese Schlucht nicht drüber springen. Es sei denn, man wendet einen sehr, sehr spezifischen Trick an und zwar habe ich irgendwann rausgefunden, dass man tatsächlich den Bildschirm weiterscrollen kann, indem man so ein bisschen ein paar Sprünge antäuscht über die Schlucht und dann werden rechts Goombas getriggert, die nach links laufen, in die Schlucht fallen und man kann tatsächlich auf den dritten Goomba draufspringen durch einen Short-Jump unter den Münzen vorbei und dann durch das Draufspringen auf den Goomba die letzten paar Pixel überwinden, um die Schlucht quasi hinter sich zu bringen. Es ist absolut nicht einfach und ich habe dafür auf jeden Fall weit über 100 Versuche gebraucht. Ich will gar nicht nachzählen. Es waren sehr, sehr viele. Und dann hat sich Nintendo gedacht, alles klar, es wäre doch mal lustig, wenn wir dahinter doch ganz viele Short-Jumps platzieren. Und ja, Freunde, das gab es dann auch noch und wie es sich anfühlt, daran zu scheitern, es könnt ihr euch kaum vorstellen. Das ist sehr, sehr frustrierend, weil ich musste diesen verdammten Goomba-Sprung mehrfach hinbekommen. Und ich hatte irgendwann so viel Angst vor weiteren Sprüngen, dass ich fast am Ende an Timeout gestorben bin, aber ich habe es dann irgendwann geschafft, dieses Level hier hinter mich zu bringen. Und ich muss sagen, das war das ekelhafteste Mario-Level, was ich seit langer Zeit gespielt habe. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie kommende Challenges quasi das Ganze noch toppen werden, weil ich denke mal, da ist noch Luft nach oben. Ich glaube, ich werde mir mit diesem Format hier noch sehr, sehr asoziale Sachen aufbürgen. Also seid gespannt. Ich denke, das hier war noch gar nichts und das sagt einiges aus. Doch dann kam 8.2 und ich hatte natürlich sofort Angst, dass es direkt so weitergeht, aber nee, es war alles okay. Es ist nur ein Lakito-Level, was ziemlich einfach ist. Es ist nur Lakito, verschwindet auch sehr früh im Level aus irgendeinem Grund und dann bleiben nur noch ein paar Gegner übrig und ein paar Kugel-Willis. Also das ging voll klar und Münzen gab es da letztlich gar keine. Wirklich ein einfaches Level und es hat in meinen Augen auch nichts verloren in der 8. Welt. Aber naja, es kommen auch ein paar schwierige Level. Und was soll ich sagen, Leute? Das Level 8.3 ist die Hölle für alle Spieler, die ohne Power-Up spielen. Weil in diesem Level hier gibt es einfach viermal einen Hammer-Bruder, der einfach so am Boden steht hintereinander. Was willst du dagegen tun? Du kannst dich vor dir stellen und hoffen, dass sie hochspringen. Da kann man manchmal an denen vorbeikommen. Das geht so ungefähr zu 50%. Also du musst quasi dadurch vier Coin-Flips nacheinander überwinden, was ja unwahrscheinlich ist. Oder du machst es so wie ich und rennst einfach durch und hast unfassbar viel Glück. Ich dachte mir irgendwie, okay, es gibt ja Speedrunner und die rennen einfach durch. Also muss es ja irgendwie möglich sein, einfach an denen vorbeizulaufen. Und ja, es geht. Man kann tatsächlich über drei Stück drüber springen und dann einfach so unter dem vierten durchlaufen. Und es kann klappen. Also ich hatte da wirklich ein bisschen Glück, denke ich. Aber für die Challenge quasi, dass ich keine Power-Ups habe, war dieses Level hier mit Abstand am schwierigsten. Dagegen ist das Finallevel wirklich gar nichts. Aber Leute, in der finalen Burg gibt es immerhin Münzen. Und diesen logischerweise wollte man Ernstfeind. Und man muss dazu sagen, das finale Bowser-Castle ist quasi ein Rätselschloss. Man muss nämlich durch einige Röhren gehen, um in spätere Bereiche zu kommen. Und das muss man quasi auswendig lernen. Ich habe ein bisschen geraten, muss ich zugeben. Aber ein paar Sachen wusste ich auch noch aus meiner Kindheit. Und es hat recht gut funktioniert. Bis zu einem gewissen Punkt, wo ich mir dachte, tja, was mache ich jetzt? Und zwar muss man, um eine der Röhren zu erreichen, einen unsichtbaren Münzblock auslösen. Und da muss man sich auf den draufstellen, um quasi zu der Röhre zu kommen. Aber das dürfen wir nicht. Und ich dachte mir kurz, okay, ist jetzt der Run tot? Aber es gibt einen Trick dafür, Leute. Und da muss ich sagen, haben wir echt Glück gehabt. Weil, ja, das ist quasi ein Glitch. Denn man kann tatsächlich den Bildschirm so weit scrollen lassen, dass die Röhre einfach ganz links am Bildschirmrand ist. So, dass noch ein kleines bisschen Platz ist. Und dann kann man quasi an der Röhre eine Art Doppelsprung vollführen. Beziehungsweise man steckt so ein bisschen in der Wand fest. Es ist sehr, sehr merkwürdig und sieht auch komisch aus. Aber es funktioniert. Und so kommen wir tatsächlich auch durch das letzte Castle ohne eine Münze einzusammeln, was die Challenge möglich macht. Das Problem ist nur, es gibt noch einen Hammerbruder und natürlich Bowser. Aber ich habe es tatsächlich geschafft, das Ganze ohne viele Tode zu bewältigen. Und damit habe ich diese Challenge endlich abgeschlossen. Und ich muss sagen, es war insgesamt nicht so einfach. Aber wir kommen mal zum Fazit. Und ich würde sagen, Leute, da wären wir auch schon im Fazit. Und ich muss sagen, diese Challenge hier war wirklich sehr interessant. Und die hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Also ich freue mich sehr auf kommende Challenges. Vorschläge dafür sind sehr gerne gesehen. Auch nicht nur Mario-Spiele, ne. Wie gesagt, auch Pokémon oder Zelda oder meinetwegen Dark Souls kommen gerne in Frage. Da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten. Und ich glaube, dass dieses Format hier sehr, sehr unterhaltsam werden könnte. Aber ich kann natürlich nicht irgendwie jede Woche so ein Video rausbringen. Es ist schon sehr aufwendig. Aber wie gesagt, war auf jeden Fall mal eine ganz coole Erfahrung. Und die heutige Challenge, muss ich sagen, war auch gar nicht so schwer letztlich. Ich denke, gerade die Level 4, 3 und 8, 1 waren die Knackpunkte. Und halt so ein bisschen 8, 4 mit diesem Glitch halt. Also diesen Doppelsprung. Weil wenn das nicht möglich wäre, wäre der Run nicht möglich. Aber ansonsten gingen eigentlich die meisten Level, ne. Zumal im ersten Mario Bros. wie gesagt, gar nicht mal so viele Münzen vorkommen. Aber ich denke, gerade in späteren Mario-Spielen könnte diese Challenge hier noch sehr cool werden. Und von daher, ich freue mich sehr auf die kommenden Videos. Wie auch immer, lasst mir gerne Kritik in den Kommentaren. Ich habe so ein Video hier noch nie gemacht. Und es war sehr viel Arbeit. Deswegen, Kritik ist sehr gerne gesehen. Und ich hoffe natürlich sehr, ihr kommentiert ordentlich Challenge-Ideen. Und da würde ich sagen, denkt auch bitte an meinen Sponsor Lottik Cards. Ein, wie ich finde, sehr guter Sammelkartenhändler. Und denkt auch an meinen Yu-Gi-Oh! Kanal. Und an meinen Instagram. Und da würde ich sagen, sehen wir uns dort. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen ein riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Yu-Gi-Oh! Kanal und rechts daneben ist mein Sponsor. Und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen. Und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss. Tschüss.